Hallo Leute, ich werde am Wochenende in Berlin sein, nämlich zum Divi-Day. Das ist quasi das Jahrestreffen aller Divi-Move-Partner. So eine schöne Party und so, da werde ich auch ein bisschen filmen. Aber was ich euch eigentlich fragen wollte, ist, ob zufällig auch jemand von euch in der Zeit in Berlin ist, vielleicht sogar ein Berliner selbst. Denn ich kann mich dunkel erinnern, dass als ich gefragt hatte, wo das Abonnententreffen stattfinden soll, dass da sich auch einige für Berlin entschieden hatten. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten das ja eigentlich mal ausnutzen und uns in Berlin treffen. Alter, ist das hier eine mega große Pfütze. Das hat echt, ups, das hat echt die letzten Tage ziemlich krass gepisst. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich groß. Und eigentlich, das hier ist mein Fuß, das ist die Pfütze. Mega groß einfach, mega, mega groß. Jedenfalls, ich hatte gedacht, vielleicht am Sonntagnachmittag. Ich fahre erst am Abend zurück nach Dresden und vielleicht könnte man sich da ja am Nachmittag treffen. Da habe ich nämlich noch nichts zu tun. Also, falls ihr Lust habt, euch am Sonntagnachmittag mit mir in Berlin zu treffen, dann schreibt mal in die Kommentare und dann machen wir uns irgendwas aus. Und vielleicht sieht man sich ja. Haut rein. Ciao, ciao.